Beim WaterMLG mit 255 FPS funktioniert es ohne Probleme. Bei 80 FPS merkt man schon einen Unterschied, aber es ist immer noch voll okay. Bei 40 FPS merkt man wirklich, dass es immer ruckeliger wird, aber man kriegt es immer noch hin. Mit 20 FPS fühlt sich das Spiel überhaupt nicht mehr flüssig an, aber es ist immer noch theoretisch machbar. Bei 10 FPS ruckelt einfach mal alles und es macht wirklich keinen Spaß mehr. Bei 5 FPS fühlt sich das einfach noch an, als würde ich mir Fotos anschauen, aber es ist theoretisch immer noch machbar. So sieht es auf jeden Fall aus.